Werner, gebürtiger Schwabe, spielte bereits in der Jugend für den VfB und erlebte dort seinen Einstieg als Profi, ehe er 2016 nach Leipzig wechselte. Hasenhüttl will seinem Star gern Möglichkeit gegen seinen Ex-Club geben, auch interessant kostenlos anmelden, Eurosport News per WhatsApp, ich lasse ihn auch gerne spielen, wenn er wieder trifft. Werner war gegen Zenit der entscheidende Spieler beim Sieg zur Achtelfinal-Premiere des Brause-Clubs im Europapokal. Zunächst hatte der Youngster mit einem Haken-Trick 1 zu 0 Führung durch Bruma, 56., sehenswert vorbereitet, ehe er selbst zum 2 zu 0, 77., traf. Der Anschlusstreffer von Domenico Criscito, 86., räumte Zenit allerdings fürs Rückspiel noch Chancen ein. Video, relativ viel Leerlauf, Stöger kritisiert BVB-T. Video, relativ viel Leerlauf, Stöger kritisiert BVB-T.